So Leute, wir gucken kein Konzept. Siemens hat noch nicht so hochgeladen. Da schauen wir uns morgen zu. Um, reinbar kein Konzept, let's go. Neue Videos und die Glocke klingeln. Das ist Twitch und Lümmel. Und der größte Dreckschannel auf YouTube hat ein neues Video hochgeladen. Und zwar, kein Konzept. Absolut richtig. Ich muss Nico da vollkommen weiflechten. Nicht nur der größte Dreckschannel auf YouTube, sondern auch der größte Dreckschannel auf der gesamten Erde. Der letzte Schmutzcontent, den kann man sich absolut sparen. Kein Konzept, denkt er wäre lustig, okay? Denkt er wäre witzig, denkt er macht gute Videos. Wir gucken rein. Kein Konzept, letzter Rotz-Channel! Spaß, Bro, kriegst ein Like von mir. Ich sehe mich, glaube ich, in kein Konzept. Also, sexual. Das ist aus dem Content geschnitten. Ich sehe mich nicht in kein Konzept. Ich will da nicht, also... Will ich in kein Konzept rein? Ja. Hast du schon mal Reef gebankt? Tarek, Sperma, Mann, die... So schlimm war die Frage jetzt auch nicht. We have a big, big cap over here. Gib doch auch einfach eine Million pro Witt aus, dann wirst du vielleicht auch failen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, Bro. Aber danke für den Tipp, Dude. Ich hab nicht meine... Oh, Digger, so low, nicht mal eine Million zu haben. Für Videos. Dein Flieferf auch. 0815, irgendwo kostenlos gedownloadet für einen Euro, Alter. Ich hole noch einen. Du kommst, du hast echt nur... Du hast keine Chance, mit einem halbwegs existierenden Stammhirn in solche Twitch-Highlight-Clips einzukommen. Bro. Kadent. Ich sag's die ganze Zeit. Ich sag es die ganze Zeit, Digger, Dent. Ich sag es die ganze Zeit. Ich bin genauso zu smart für diese Clips. Ich komm da nicht rein. Ich komm da nur rein, wenn ich irgendwas Dummes sage oder irgendetwas aus dem Kontext schneidet und ich bewusst was Dummes sage, weil ich das forciere. Na? Köln? Düsseldorf oder Düsseldorf? Ich meine, es ist Düsseldorf. Düsseldorf. Mann, wen juckt's denn auch? Ich komm in NRW rein, NRW, fuhr. Wann wen juckt denn NRW auch, Alter? No joke. Nie wieder in NRW machst du einen Auftritt. So, Kevin, das war's. Viele Leute gehen her und sagen so, so ein geiles Produkt. Nein, Leute, es ist nicht so ein geiles Produkt. Man geht her und muss es entweder, man sagt es gar nicht oder aus vollster Seele. Und wenn ihr es sagen wollt, dann bitte so, wir haben nämlich so ein geiles Produkt. Okay, also entweder ihr... Dengar, das ist wirklich absolut, absolut kurz vor Schlaganfall. Das ist 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 absolut kurz vor Schlaganfall. Wie man das oft sagt, kriegt man auch einen. Bringt die Überzeugung für das Produkt wirklich rüber oder ihr lasst es, ja? Ab letztens einen neuen Ausweis bekommen. So ein hübscher Mann. Digga, fucking Passbilder ist man einfach immer der größte Hunde. Brad safe? Nee, Digga, gar nicht mein Film, wa? Gar nicht mein Film, gar nicht meins, gar nicht meins, gar... Würde ich nie... Würde ich mich... Würde ich niemals wegballern, würde ich... Nee, gar... Also ich mich gar... Wirklich einfach... Nee, überhaupt nicht. nicht mein Typ. Jazz, hör auf! Lass das! Hört auf, mich so anzugucken. Hast du einen Mikro-Station-Hintergrund? Genau. Mikro-Station-Hintergrund oder normalen... Das ist ein normaler Hintergrund. Heißt du Fortnite? Nein, ich heiße Eileen. Das ist ein normaler Hintergrund, tatsächlich. Ja, das sieht man. Was erwartest du, dass nach zehn, drei, nach drei Dingen als Klu... äh, alles, äh, Dings, drei Dinge, wie heißt das? Ey, ich kann... Ich shake my head. Shake my head. Drei nach... äh, alle guten Dinge sind drei sind? Denk auch nach, alle drei, alle drei Dinge sind guten... Der, halt deine Fresse. Ihr wisst, was ich mein. Werte verloren? Wie gesagt, wer risikoreich ist, kann hochfallen innen und tief. Klettern. Gewinn? Ganz genau. Was zur Hölle? 146 Millionen Abos! Ey, ich hätte... Ich hätte... So ein Loser. Kein klein wird, ne? Ich würde ihn besiegen. Oh. Ähm... Warum stand hier mein Tee? Keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. Was war das für ne Musik? Ja. Oh, das ist so ein unangenehmer Clip, Digga. Das ist so unangenehm. Sag mal. Richtig das jetzt? Warte. Verarsch mich nicht, Digga. Verarsch mich nicht, Max. Verarsch mich nicht. Guck nicht auf den Chat. Verarsch mich nicht. Und guck nicht auf den Chat. Paul, das hab's gesehen im Chat schon. Das ist Pauls Musik. Ich liebe diesen Jungen. Du bist einfach mein Bruder. Ich bin nicht drin in Musik und Memes. See you again. Ja. Ich bin nicht drin in Musik, Digga. Also jeder wichst. Alle. Je... Eins müsst ihr euch merken. Also wenn ihr euch eine Sache merken müsst. Eine ganz entscheidende Sache. Dann ist es... Jeder. Aber auch wirklich jeder. Jeder wichst. Peter zockt ja GTA Roleplay. Jetzt wollten wir uns neulich mit den Jungs treffen, okay. Einfach mal wieder eine Runde labern und so, man hat sich lange nicht mehr gesehen. Dann sagt Peter doch allen Ernstes. Nee Jungs, sorry. Ich hab heute Abend keine Zeit. Ich hab noch ne Mission. Da fragst du nur, Digga. Peter? Mission? Was ist denn jetzt los? Ja, er muss noch irgendeine Prüfung machen. Ey, ich sag, Peter. Was für ne Prüfung? Da musste der wirklich... Der hat uns einfach abgesagt, weil er in diesem GTA Roleplay irgendeine Militärsprüfung machen musste. Einfach deutsch, orange, morange. Dann haben wir tatsächlich auch den Stream mal eingeschaltet und dann saß Peter da einfach in irgendeinem Militärsauto mit ganz vielen anderen Militärsauto und hat ungelogen 20 Minuten nichts gemacht. Bis morgen. Bleibt gesund. Haut rein. Tschüss. Oh nein. Ich frag's drauf, dass du tschüss sagst. Ach so. Digga, wie besoffen ist der? Wie besoffen ist der? Create mach ich am Freitag wieder, Chad. Wow. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Schönen Sonntag. Schönen Montag. Scheiße. Digga, also, dass dich Chef Strobel in Ola Kala kleidet, müsste eine Beleidigung für Inskop sein. Okay, was haben wir noch, Chad?